Musik Heyo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Overwatch. Ja, heute war wieder ein Less-Test von den Charakteren. Heute ist Chunkrit dran, der verrückte Räuber, der... Ja, er ist also verrückt. Ich nehme einen Rat. Ich bin gespannt wie das wird. Ja komm, jetzt die Verteidigungsposition kommt schon weiter. Was kann der? Warnertwerfer, ganz klassisch. Da kann er gar nix, ok. Ok, das ist nix. Da hab ich doch mal was gehört, warte mal. Ok, ich kann gar nicht Zeug nicht mehr. Wir werden falle. Angreifer in 30 Sekunden. Ah, gar nicht mal so schlecht. Hab ich keinen Boost, ok. Alles klar. So. Das ist ja gar nicht mal so schwer, die Verteidigungsposition zu beziehen. Das sage ich mir mal. Das Teil dann müssen wir verteidigen. So, dann werden wir gleich mal ein bisschen... Das wird knapp. 5, 4, 3, 2, 1, Angreifer näher. Bam! Abballern! Yeah! Wow! 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 Verdammt! Von wo? Wer? Was? Warum? Bastion! Wo war der Position? Achtung! Mann! Den hab ich gar nicht realisiert. Der war ja auch hinterm Busch. Der hätte ich den Sinn sollen. So. Nächster Versuch mit Junkrat. Ich hab's mit der Bombe am Anfang. Der war gar nicht mal so schlecht. Ich mein, der Soldier, der da am Anfang war. Der wurde ja richtig in die Luft gesteuert. Der hatte ja richtig Schaden. Was mir auch nicht interessieren würde. Kriegt man in dem Spiel Falschaden? Ich glaub nicht, ne? Ich glaub nur, wenn man aus der Meck fällt, kriegt man eindeutig. Den Falschaden des Todes. Schleiß, der das Teil fährt. Das ist nicht gut. Das war die Vorsorge. Das war die graphische Illusionen. Der ist nicht mit dem Spiel. Du hast das nicht mit dem Spiel. geilo ich glaube langsam verstehe ich den hype um chancred der kriegt noch ein bisschen futter ist die mine noch aktiv? kann ich die zünden jetzt? wartet schnell respawn hop 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 ich glaube die mine die könnten sie in der zeit zur stelle haben so leicht werdet ihr mich nicht los hab ich die Bombe jetzt gezündet? ich weiß es gar nicht egal chancred macht richtig fun ey mann geilo 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 so ab jetzt zur verteidigten position so das Tor werden die nicht durchdringen durchschleitet die Ekes so wie das oh wir kriegen das mal wir kriegen das mal verdammt 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 boah ach ich muss da ein bisschen weiter stecken warte einfach mal drauf ne chancred ist für mich ein typischer Hau drauf Typ da ist Saja haben wir down wenn wir ihn genau getroffen haben komm roter kriegen wir noch down ne Bärenfalle hingeplasht das war für nichts 30 Minuten wir leben ist geil aber ich werde gleich sterben ich hab nur noch 8 hier leben sterbe ich selber wenn ich in die Bärenfalle laufe da kommt keiner vorbei nein ok sehr gut wir haben alles wieder aufgeladen alles klar so Leute fuck fuck ich bin tot aber ich hab sie alle wieder gerackt er hat mich getötet oh man ich hab ich nicht genug ich hab sie doch noch ich hab sie doch noch ich hab sie doch noch so mitnehmen ich weiß es gar nicht hier gibt's rostow ach chancred hat nur 200 Leben reicht aber voll aus für den wenn du mich fragst nein ach Leute vielen Dank danke dir roger kriegen wir locker hin boah einfach drauf bam oder haben wir da roter kriegen wir auch da roter kriegen wir auch da mit Teamkill Leute es läuft ich will die Rüstung ach man was soll das du von meiner huah fuck das wird unser Tod sein hab ich euch noch gesagt haltet die Pracht auf das haben wir einleitig geschafft die neunze Sekunden die jetzt noch sind die packen wir das ist gar kein Problem Helden sterbe nicht ja jetzt benutzt du deine Fähigkeit irgendwas war mit mir verdammt Verlängerung Verlängerung ist gleich aus Leute putz so was haben wir für nen Sticker ach das klassische Oberwash zögt gedöhnt wow chancred macht fun ja ja rarren LP online sind wir im Highlight bestimmt nicht Highlight des Spiels ein Reaper ja Reaper ist egal ich weiß ich mag andere Reaper nicht ich bin selber gern der Reaper aber ich mag andere Reaper nicht ich weiß nicht ich mag andere Reaper auch im eigenen Team nicht ich weiß nicht auch siehst du genau deswegen drehen sich in den Vorharrern die Prost ist egal so so sind wir im ja chancred hoch mit den Likes bitte kommen noch drei bitte 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 keiner mag mich oh man so alter wir kriegen eindeutig richtig viel XP in letzter Zeit ich weiß gar nicht wieso ich hatte schon runden damit nicht mal einen so ein bisschen kleinen Malfengedienst da vollgekommen aber jetzt nein 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 ich will mich kein nächstes Spiel ich bin verlassen danke so Leute das war äh ne wir wollen es ja noch was ansehen das war es noch nicht äh chancred so Skins das sind erst einmal die ganzen Recolors die wir uns nicht ansehen müssen das hier sieht nicht so schlecht gibt es aber keine Ahnung gibt es immer oh der ist jetzt komplett verrust Frau von Kehrer oder was das hier oh ja ja oh ja das sieht geil aus verdammt geil ja das sieht noch fast besser aus also die beiden das sind meine zwei äh Highlights hier die der Chancred Skins ich hab die auch bald äh ich hab die auch bald kaufen ich hab nicht mehr viele übrigens falls ihr wollt dass ich mal so eine Lootbox Unboxing mache schreibt es in die Kommentare oder gebt ein Like beides zeigt mir das haben sie auch mir auch wollt ja Emotes ich hab Siegerposten wäre ich noch neugierig das sind aber nur so verrückter Chancred ist auch einfach oh das sieht geil aus das sieht nice aus haha Chancred ist einfach so Space nein sprüche auch nicht heile den Mutters ach heile den listened das sieht auch nice aus huahaha knew ja wie das mich, äh, von, äh, Chunkred und von euch. Freue die Kraft, die nächste Folge Overwatch morgen. Ja. Freue die Kraft, was es war. Reals-Rack-Ciao. Bis dann.